Wie könnte ich den kleinen Michael vergessen? Der kam ja jede Woche. Und jedes Mal sagte er mit leuchtenden Augen... Storkriesen bitte, Frau Lange. Einen Storkriesen musste ich ihm immer sofort geben. Die anderen in die Tüte packen. Jetzt gibt es Storkschokoladenriesen. Mit viel kräftiger Schokolade. Einfach riesig schokoladig. So richtig was für Michael. Storkschokoladenriesen bitte, Frau Lange. Und den allerersten, den isst er immer noch sofort. Stork Schokoladenriesen. Wirklich riesig schokoladig.